Willkommen zurück zu COD Ghosts. Ja, da habe ich mich zu spät geduckt, verdammt. Wir spielen hier gerade so eine Rückblick-Mission quasi. Und spielen hier eine frühere Mission der Ghosts, wo der Rogue, der mittlerweile ein mieses Arschloch ist, noch zum Team gehört. Und wir spielen, glaube ich, gerade übrigens als Vater, also als der Vater von Logan und, wie heißt der andere nochmal, verdammt. Auf jeden Fall ist der Vater von den beiden Brüdern. Und, wo? Okay. Okay. Und ich glaube, diese Mission soll quasi darstellen, wie der Rogue zu dem geworden ist, was er heutzutage ist. Eine von den Waffen? Okay, habe ich. Und ich bin mal gespannt, was jetzt hier noch so passiert. Jo, Elias, wir spielen den Vater. Wie ich mir das schon gedacht habe. Okay. Okay. Oh mein Gott. Shit, wir haben es geschafft. Ich bleib mal lieber durch hier. Okay, beide erledigt. Sehr schön. Haben die vielleicht noch Munition für uns? Yo, das haben sie. Sehr gut. Und wir haben, konnten uns noch hier eine, eine sekundäre Waffe schnappen. Oh krass, das ist ein Wiener. Das war wohl gerade ein Aiming Cave. Und dann haben wir eine Granate geworfen. Das ist aber nicht so nett. Der letzte Stündlein hat geschlagen. An alle Einheiten auf dieser Frequenz, bitte kommen. Hier ist Ghost, wo ist wo? 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 Ghost, wir sehen einen Marklow, aber werden beschossen. Wer schiebt das Hotel? Verstanden. Sind unterwegs. Was sind das denn für lustige Computer? Ich habe keinen Plan. Was? Achso, hier runter. Alles klar. Alles klar. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Wir müssen sie retten. Oh. Shit. Was ist denn der Gegner? Der ist ja auch immer hier unter Wasser sind, wenn wir uns ducken müssen, Mann. Das ist echt ein bisschen nervig gerade. Aber das ist halt so ein Flutgebiet. Kann man jetzt nicht ändern. Müssen wir durch. Okay, lad nach. Da ist der Rogue. Da muss ich auch mal vorrücken. Oh shit. Gehen wir. Okay, die ist schon durchgeladen. Komm von hinten. Komm von oben. Schön, dass ihr da seid. Dann kommen wir das Flut auf. Okay. Erledigen wir die Schweine. Beinahe sind einfach zu viele. Shit. Komm schon. Geh sterben, Mann. Wohin müssen wir denn jetzt eigentlich? Achso. Hier rüber. Das sah aber so unbegehbar aus gerade. Fuck. Das sind immer noch welche. Oh Mann. Wo hast du denn die Granate hingeworfen, Mann? Granate! Volle Deckung! Was? Da lebt immer noch einer. Das gibt's ja gar nicht. Wenig Munition. Scheiße. Welis Hombres, eh? Nehme ich halt ne neue Waffe. Mir noch scheißegal. Hauptsache super Schicksblei. Und es war vollautomatisch. Schicksal. Okay. Shit. Granate. 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 Das war knapp. Hätte ich auch zurückwerfen können, aber das ist mir immer ein bisschen zu heikel irgendwie. Nicht, dass sie dann in meiner Hand explodiert. Das wäre richtig böse. Schnell da. Dann beeilt euch doch mal und pumpelt da hinten nicht so rum, ey. Boah. Boah. Nein! Ich hab so spät geschossen. Was soll das? Mann. Shit. Nimm alles. Okay, wir haben ihn anledigt. Wir stürzen zu ab, aber wir haben ihn anledigt. Alles, was positiv ist, ist so schwer. Was? Ich hab doch linke und rechte Maustaste gedrückt zum Greifen des Kabels. Linke und rechte Maustaste. Komm schon. Das tut mir leid. Es tut mir leid. Und was hast du getan? Ich traf die schwerste Entscheidung meines Lebens. Ich ließ ihn los und rettete die anderen. Ja, in der Tat, das ist schon ein bisschen scheiße gelaufen, aber was sollen wir machen? Ich meine... Wir haben seine Leiche wochenlang gesucht. Dann wurden wir abgezogen. Und er hat's vermisst gemeldet. Aber wieso jagt der Ghosts? Die Föderation hat ihn gefunden. Und wenn sie ihn umdrehen konnten, dann schaffen sie das mit jedem. Und ein Ghost hört erst auf, wenn seine Mission beendet ist. Findet ihn, bevor er uns findet. Genau. In Caracas ist ein Mann, der weiß, wo er schläft. Victor Ramos. Er leitet die Forschung für die Föderation. Nur wenige Männer sind Rocks Freunde. Ramos ist einer von ihnen. Für Rock müssen wir zurück nach Caracas, wo alles begann. Okay. Ja, war schon ein bisschen blöd gelaufen da mit dem Rock, aber ich meine... Wenn man halt Soldat ist, gerade in so einer Lita-Einheit ist, muss man eigentlich damit rechnen, dass man sterben könnte, verletzt werden könnte, zurückgelassen werden könnte. Ich meine, da kommt es ja auf ganz andere Dinge an. Krass, krass ist City, Alter. Es ist Zeit, die Maske zu verdienen. Ich habe gedacht, ich zoome damit wieder. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Wo soll ich denn hinzoomen? Ach da hin. Die Mission beginnt also. Und jetzt? Oh mein Gott, was ist das für ein Objekt? Alter, was ist das krass ist? Ach was, eine Seilrutsche. Wie geil ist das denn? Na dann mal los. Das wird bestimmt lustig. Hauptsache, es schießt genau daheim, wo ich hingezielt habe. Ist ja echt geil, Alter. Yes. Party time. Voll geil, Alter. Voll geil. Ohne Spaß. Das ist ja voll geil. Das ist ja so funny, Alter. Auf dein Zeichen. Aktivität in der Mitte. Oh Gott. Der geht glaube ich in die Küche. Oder? Oder? Okay, ausräuchern. Ausräuchern? Wie? Wie zum Teufel. Einfach nur schießen oder was? Okay. Okay. Ist hier irgendwer? Sieht nicht da noch aus. F drücken, um das Gebäude zu betreten. Dann machen wir das doch mal. Bäm. Und drinnen sind wir. Okay. Jetzt haben wir die hier als Secondary. Eine Vector. Ich hoffe, die hat auch einen Schalldämpfer. Hacken? Was soll ich denn hacken? Ist hier noch irgendwas zum hacken? Sieht nicht da noch aus. Hallo? Ist hier jemand? Ich kann hier aber nichts hacken, wie es mir aussieht. Oder was soll ich hier hacken? Verdammt nochmal. Ach hier. Hier. Alles klar. Oh, oh. Ziele nähern sich schneller. Shit. 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 Versteck mich. Okay, versteck mich. Yo, ich versteck mich. Oh, oh. Ha. Weitergehen. Immer weitergehen. Immer. Immer. Geht immer schön weiter. Nein, ihr seid nicht einer weniger. Okay. Okay, der Virus ist platziert. Wir können weiter. Schleichen hier so rum, ey. Jo, wir haben uns hier wieder eingeklinkt. Und ich würde mal sagen, wir laufen hier am Dach, äh, in der nächsten, besser am Dach, ich, besser gesagt an der Hauswand, in der nächsten Folge weiter. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.